Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Rheuma ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl entzündlicher Erkrankungen, die in erster Linie die Gelenke betreffen, aber auch Muskeln, Sehnen, Bänder und sogar innere Organe beeinträchtigen können. Eine der häufigsten Formen ist die Rheumatoide Arthritis, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die Gelenke angreift. Im Folgenden stellen wir Ihnen hilfreiche Behandlungsansätze vor. So passen Sie Ihre Ernährung an, um Entzündungen zu reduzieren. Omega-3-Fettsäuren. Diese gesunden Fette, die beispielsweise in fettem Fisch, wie Lachs oder Makrele, sowie in Leinsamen, Kürbiskernen und Walnüssen vorkommen, sind bekannt für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften. Sie reduzieren die Produktion von entzündungsfördernden Substanzen im Körper und können effektiv dazu beitragen, Entzündungen zu lindern. Am besten ist es jedoch es täglich in Form vom Algenöl zu supplementieren. Konsumieren Sie mehr Antioxidantien. Lebensmittel wie Beeren, grünes Blattgemüse und Zitrusfrüchte sind reich an Antioxidantien, die freie Radikale bekämpfen und so die Zellgesundheit fördern. Diese Nährstoffe können ebenfalls dabei helfen, Entzündungen zu verringern und rheumatische Beschwerden zu lindern. Ingwer und Kurkuma. Diese beiden Wurzeln haben eine lange Tradition in der Linderung von Entzündungen. Kurkuma enthält Kurkumin, das direkt auf entzündliche Enzyme im Körper wirkt. Ingwer kann helfen, Schwellungen und Schmerzen in den Gelenken zu reduzieren. Vermeiden Sie entzündungsfördernde Lebensmittel. Nahrungsmittel wie Zucker, Transfette, Omega-6-reiche Öle, Nüsse und Saaten, raffinierte Kohlenhydrate und stark verarbeitete Nahrungsmittel sollten vermieden werden, da sie entzündliche Prozesse im Körper anheizen können. Adaptieren Sie Probiotika und fermentierte Lebensmittel. Eine gesunde Darmflora spielt eine wichtige Rolle in der Regulation des Immunsystems und bei Entzündungsreaktionen. Lebensmittel wie Wasserkefir, Kombucha, Sauerkraut oder Kimschi enthalten probiotische Bakterien, die das Immunsystem stärken und Entzündungen mildern können. Richtige Bewegung und Physiotherapie können die Beweglichkeit fördern und Schmerzen lindern. Sanfte Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren oder Yoga sind besonders hilfreich, um die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern und Steifheit zu reduzieren. Regelmäßige Bewegung trägt zudem dazu bei, ein gesundes Körpergewicht zu halten und dadurch die Gelenke zu entlasten. Denen hilft, die Flexibilität der Muskeln zu erhalten und Muskelverspannungen zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, um die Beweglichkeit zu bewahren und Schmerzen zu lindern. In moderaten Intensitäten kann Krafttraining die Gelenke unterstützen, indem es die umliegenden Muskeln stärkt und so den Druck auf die Gelenke reduziert. Mindern Sie Stress, ersetzt negative Stoffwechselprozesse in Gang und gilt als Entzündungsauslöser. Atemübungen, Meditation und Achtsamkeitsübungen sind einfache, aber wirkungsvolle Mittel, um den Stresspegel zu senken und somit die Entzündungsreaktionen im Körper zu reduzieren. Yoga kombiniert sanfte Bewegungen mit Atemtechniken und kann helfen, die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern sowie Stress zu reduzieren. Folgende Heilpflanzen können Ihnen helfen, Entzündungen und Schmerzen zu lindern. Teufelskralle. Diese Pflanze ist für ihre schmerzlindernden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt und kann besonders bei Gelenk- und Rückenschmerzen eingesetzt werden. Weidenrinde. Enthält Salizin, eine Vorstufe von Aspirin, und wirkt entzündungshemmend. Sie wird traditionell zur Linderung rheumatischer Schmerzen verwendet. Weihrauch hat stark entzündungshemmende Eigenschaften, die sich besonders bei chronischen Gelenkentzündungen als effektiv erwiesen haben. Kalte Kompressen oder Eispackungen sind ideal, um akute Entzündungen zu lindern und Schwellungen zu reduzieren. Warme Kompressen, heiße Bäder oder Wärmepackungen hingegen fördern die Durchblutung und entspannen verspannte Muskeln, was chronische Schmerzen in den Gelenken lindern kann. Eine weitere Möglichkeit ist Akupunktur. Es ist eine bewährte Methode der traditionellen chinesischen Medizin, die durch das Setzen feiner Nadeln an bestimmten Punkten des Körpers die Entzündungsreaktionen reduzieren und Schmerzen lindern kann. Empfehlenswert ist auch die mediterrane Küche, auch Mittelmeerdiät genannt. Die Mittelmeerdiät ist reich an Fisch, Olivenöl und Gemüse und ist für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Diese Ernährungsweise kann helfen, rheumatische Beschwerden zu lindern und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Auf unseren Kanal warten noch viele weitere spannende Informationen und Gesundheitstipps auf Sie. Abonnieren Sie gerne, um kein Video mehr zu verpassen und teilen Sie Ihre Erfahrungen oder Wünsche für zukünftige Themen in den Kommentaren. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und ein Like von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!